Hallo, hier ist der Profi Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich meine Messer schleife und zwar folgendes. Fangen wir mal mit der Reihe nachher an. Meine Messer bewahre ich in der Messerbox auf. Das hat sich gut bewährt, weil da ist Plastik drin und wenn die Messer drin sind, sie können die Schneide nicht kaputt machen, wenn sie das rein geben. Wenn die Schneide nicht kaputt, da ist Plastik drin, man kann das zumachen. Nur bei einem langen Messer, das ist ein 36er Messer, geht es nicht. Nur bei kurzen Messern bewährt sich das einfach. Was habe ich jetzt da für den Messern? Das ist das typische Messer, wenn ich eine Rind zerlegte und Schnitzel schneide, Küchen fertig herrichte, dann brauche ich genau diese Messer. Das erste ist ein Ausbeammesser. Ich persönlich verwende alle starren Klingern, keine flexiblen, halbflexiblen, das liegt mir alles nicht so. Mir ist es lieber eine starre Klingern oder ein gebogenes. Wenn Sie ein Messer kaufen, kaufen Sie wirklich eines von den namhaften Firmen, Gieser, Dick, Victorinox, wie gibt es da noch? Zwiebel, das sind alles hervorragende Messer. Kostet auch nicht die Welt. Also ein Messer kostet 12, 13 Euro. Das da, das Messer brauche ich zum Ausschneiden, zum zuschneiden. Da braucht man beim zuschneiden, müssen Sie immer ein bisschen länger als ein Messer nehmen. Wenn Sie einen kurzen kriegen, kann es einen schönen Schnitzel haben. Das ist ein Zwiebel-Messer. Super. Und das da ist ein Schnitzel-Messer oder Sehschneiden, hat eine Klinge von 36 cm. Wenn Sie dann wieder noch einmal schauen, hinten die letzte Zahl, das ist immer die Klingenlänge. Victorinox ist ein Schweizer Messer, kostet zwar bei 50 Euro oder was, aber für Schnitzel-Schneiden super geeignet. Und was ich da noch habe, da ist ein Messerschärfer, da gibt es mehrere Ausführungen, das ist einer von Dick. Was bei denen immer das Problem ist, wenn sie runterfallen, brechen Sie gerne ab, schauen Sie, dass ein Zapfen, der bricht gerne einmal ab. Zwar hat er eh lange gehalten, aber bricht noch ab. Funktioniert immer noch voll funktionstüchtig. Einen Stahl habe ich nicht mehr. Ich nehme eigentlich schon jahrelang das Gerät. Jetzt beim Schleifen. Wenn Sie einen Steifverschnitt kaufen und Sie gehen nach so einem Baumarkt hin und es gibt ja oft seine Aktionen und 50 Euro, das würde ich abraten. Sie müssen immer anschauen, dass die Laufrichtung, die Scheibe muss sich so drehen. Wenn ich mit dem Messer drauf halte, dass die Scheibe so rennt, so um mich. Wenn die Scheibe so rennt, so herläuft und ich fahre mit dem Messer drauf, dann haut sich das Messer in die Welt. Sie müssen immer schauen, dass die Laufrichtung so ist. Und bei den billigen Geräten ist meistens die Laufrichtung so. Sie muss aber so um mich sein. Und dann brauchen Sie eine Scheibe, das kann auch ein Bandel sein, das ist eigentlich egal. Das ist eine Möllenscheibe und eine Füllscheibe. Die Füllscheiben, mit denen poliere ich das Messer nachher. Was ich noch mache, vor jedem Arbeitsbeginn schleife ich meine Messer. Ich schleife noch nicht so viel, aber immer bevor ich anfangen muss, schleife ich die Messer, die ich brauche, schleife ich. Und da habe ich noch eine Paste, das ist für die Füllscheiben. Da müssen Sie die Füllscheiben, wenn ich mir jetzt sagen, ganz kurz ein bisschen ... so, das reicht schon. Jetzt habe ich schon drauf, dass ... sonst wenn die Füllscheibe so trocken ist, kannst du nicht richtig polieren. Und um das Maschinencamp, was ich habe, das habe ich mir gekauft in einem berühmten Aktionshaus, das 160 Euro gekostet hat. Für Messer ist es ausreichend. Wenn Sie jetzt eine Hacke oder ein Beil schleifen wollen, ist der Motor schwach, weil das gleich 300 Watt. Aber für Messer ist das vollkommen genug. Reicht das. Ich schleife damit schon vier Jahre. Jetzt will ich noch was sagen. Wenn ich ... früher hat es immer geheißen, der faulste Metzger hat die schärfsten Messer. Das hat schon einen Sinn. Nicht weil er es nicht arbeitet, weil es beim Messerschleifen Zeit nimmt. Es nutzt gar nichts. Ich habe meine Kollegen, wenn er ein Messerschleift, ich höre schon, ob das Messer schneiden wird oder nicht. Dann geht es ... Druck drauf, die Funken fliegen, das bringt alles nichts. Die machen nur das Messer kaputt. Sie müssen nicht ganz sachte drüberfahren, ganz ein bisschen abnehmen, das reicht. Und dann zwei, dreimal abziehen und das war's. Ich zeige Ihnen das jetzt. Ich habe mit dem Messer angefangen. Und noch was ist, jeder schleift sein Messer wieder anders. Ich schleife zum Beispiel für einen anderen Metzger die Messer nicht ganz so gern. Weil jeder hat ein bisschen einen anderen Winkel. Wenn Sie mich heute fragen, ob ich einen Winkel habe, ich weiß es nicht. Ich weiß noch eines, meine Messer schneiden. Ich werde mir zeigen, wie ich das mache. Nehme ich her. Jetzt fahre ich so. Ganz sachte drüber. Ich tue nicht mehr. Ganz langsam, nicht zu viel drauf drücken. Es brauchen keine Funken fliegen. Es muss auch kein großes Geräusch machen. Dann schaue ich, dass ich von da bis zum Spitz das einmal schön durchziehe. Ich nehme nicht viel weg. Jetzt fülle ich sie ganz leicht. Ja, das reicht schon. Jetzt ziehe ich es mir so ab. Da fahre ich so drüber. Ohne Druck. Ganz leicht. Verstehst du das jetzt? Die Scheiben laufen so. Wenn sie jetzt so rennen würden, lieber so drauf fahren. Um Gottes Willen, was da los ist. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ich will das fahren mit dem Messer so drüber, dann muss ich den Fingernägel kaputt. Wenn Sie das machen, fahren Sie so. Und da spüren Sie schon. Da spüren Sie nichts mehr. Das ist sauber. Das Messer schneit. Dann ziehe ich es noch zwei, dreimal ab. Schön durchziehen. Und dann ist es fertig. Dann zeige ich Ihnen das Große auch noch. Wiss ich immer, dass die Messer sauber sind, dass kein Fett drauf ist. Dann fange ich wieder an. Und bis zum Spitz. Beim Messer schleifen einfach die Ruhe. Dann müssen die Ruhe wegkommen. Dann messen Sie so hin. Und dann machen Sie die Ruhe gelissen. Dann schlagen Sie es mal mit Ihrem Metall. Leiden und bei den� seconden псorgen. Hallo, Herr 붕 Dann fassen Sie dazu. dass das Messer nicht heiß wird, wenn es heiß oder blau wird, dann ist es nicht gehärtet. Dann kann man das Messer wegschmeißen. Dass es ja nicht zu heiß wird und ganz ein bisschen abnehmen wird. Es geht sich nur um ein ... ganz, ganz ein bisschen. Das reicht. Jetzt fahre ich wieder mit der Hütscheibe. Entgraten. Sie werden aber was sagen. Wenn wir die Maschine ausschalten, das schneit. Mehr brauchen Sie nicht machen. Dann ziehe ich das wieder durch. Besser schneidet. Schaut, da habe ich einen Kollegen. Der drückt so fest drauf. Der drückt so fest drauf, dass direkt die Hütscheiben auseinander drückt. Der drückt so fest drauf. Ich meine, die Maschine ist vier Jahre alt. Da schleife ich sicher in einer Woche 30 Messern. Mehrere Leute, die kommen und schleifen mit dem Messer. Aber der drückt so drauf, dass direkt die Hütscheibenblaser gedrückt ist. Und wie gesagt, aufbewahren tue ich die Messer in den Messerkorb. Da gebe ich sie rein. Da kann nichts passieren. Ein Messer, was die meisten machen, sollte man nicht in ein Waschbecken reinlegen. Da kommt man ein bisschen mit dem Ding drauf und schon ist die Schneid weg. Das geht bei dem nicht so. Schaut es mal zu, die können damit herausfallen. Meistens können sie beim Tisch irgendwo hinhängen. Das ist einfach ein tolles Messer. Man kostet nicht die Welt. Wird gebraucht. Leider, das große Messer passt zu dem Ende. Aber es gibt Körbe, wo es ein großes Messerende gibt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Daumen nach oben. Sie können auch Kritiken schreiben und Anregungen. Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ihr Profi Metzger Ralf